So, und damit auch gleich. Was macht er denn? Herzlich willkommen zurück. Zurück hier im immer noch arschkalten Spiel. Nachwirkungen, irgendwas abgeschlossen. Ich dachte ja mittlerweile, das ist ein Wildwestern-Spiel und da ist es ein bisschen werber, aber es ist ja arschkalt hier. Grüße. Wo bin ich denn jetzt? Nee, Pferdi, du bleibst da, du bist ja angebunden, oder? Aufgaben abgeschlossen, Hirsche gehäutet. Also muss ich noch ein paar Hirsche häuten. Hallo. Ich wollte eigentlich gerade mal schauen, ob ich denn hier irgendwo auch mein Dings dabei hab. Kleidung, Heiztuch. Winterhandschuhe. Naja. Komm mal da rein. Ich dachte, du möchtest, du möchtest. Ein paar Tage auf dem Lamm, und du lach haben alle blühten. Apart von dir, natürlich. Shut up, Micah. Ich habe nie gesehen, wie viele lange Fasen. Ich denke, ich denke, die Leute missen sie. Das Fell. Aber wenn ich fallen, ich will keine Fuss. Wenn du fallen, wird es ein Party. Ein Party? Wahrscheinlich. Es ist lustig, oder? Natürlich. Ich fühle mich nicht so, dass ich dich lacht von den Lachen von beiden. Stopp' es! Jetzt! Sie blöden, die sich mit einem anderen knacken, wenn Como Driscoll nicht knacken kann, schwer! Willst du sitzen und warten für ihn, um uns zu finden? All of dich, wir haben Arbeit zu machen. Komm schon! Du bist sicher, Dutch? Ja. Wir haben ein paar Jahre lang. Wir sind noch nicht zurück. Und die letzte Sache, die wir brauchen, ist, zu kommen von Como Driscoll. Los geht's! Ich weiß, dass du ihn liefst, Dutch. Er ist hier für uns. Ich wundere mich. Nein, du wundere mich. Ich wundere mich nicht, Dutch. Du... Du hast immer gesagt, Revenge ist ein Luxus, das wir nicht können. Das ist ein richtiges Wort, Martha. Mach das. Und das ist mehr als Revenge für Business, vor dem Zeitpunkt. Sie sprachen, über Trainings und Detonator. Hier. Kohl immer hatte gute Informationen. Komm schon. Und du denkst, jetzt ist die richtige Zeit, um einen Train zu fangen. Jetzt, du, mein Mann, zu leben, auf Dier, und Räbber. Ich bin zu alt für diese Leben. Herr Matthews, Herr Smith, Herr Pearson, schaust du bitte nach dem Platz, da sind O'Driscolls. Ja! Na dann. Ich hab'n Lasso. Südwest, richtig, Arthur? Ja. Du sagst, folgst den Haupttrail Südwest. Sie sind knapp, nötig. Okay. Los geht's, diese Pflanzer, bevor sie uns finden, und robben diesen Storch, der Planeten. Was ist das? Tracks. Hörsen, ziemlich ein paar davon. Sobald ich kann kann, die einzige Fölle hier, sind wir und sie. Sie müssen diesen Weg sein. Du bist gut, Herr Schmidt? Natürlich. Hör, ich weiß, du denkst nicht viel an meine Ideen, aber das ist der richtige Weg. Okay. Du weißt, ich hab'n Sie zurück. Ich weiß, ich weiß, ein lange Zeit, dass du Komo Driscoll Wait für ihn, und die Leute, die du lieben, werden sterben. Diese Füge zwischen dir und ihm muss sich auf dem Rest, eine Art oder andere sein. Es wird sein. Einige Dinge, ich kann nicht vergessen, andere, ich kann nicht vergessen. Was er mit Hannabelle ich kann nicht machen. auch nicht. Du hast seinen Bruder Dutch getötet. Ja, ich habe es. Und ich hoffe, dass die Füge schnell genug werden. Das ist so, wie das endet. Siehst du das, Smoke? Lass uns hier und schauen uns. Sie sagten, es war nahe der Berg, also müssen wir nahe sein. alles klar. Wir haben wohl ein bisschen Stress. Soll ich jetzt weiterreiten oder nicht? gut. gentlemen. Das ist es. Wir sind bereit? bereit, Dutch. Gut. Jetzt, ich und ich, wir gehen hier ein bisschen, sehen wir, ob wir nicht verstehen, das der Kampen. Mr. Williamson, Mr. Bell, Sie zwei aus der Kampen. Herr Summers, Herr Escuela, Sie zwei, die Position hier. Los geht's. Ich dachte, du gehst mit Dutch. Äh, wie war denn das nochmal? Ah, Boah. Komm, hör auf mit dem Pferdi zu kuscheln. Oder hab ich ne Waffe dabei? Nee. Ach, herrje. Ach, Mann. Ach, Mann. Waffes Pferdi, tut mir leid. Hm. Scheint ich doch noch keine Waffe nehmen zu können. Er macht halt einfach auch nix. Wie vorhin, als er nicht aufsteigen wollte, beim letzten Mal. Da konnte ich auch drücken, was ich wollte, irgendwie... Pff, nö. Kei Bock. Ich guck. Sehr. Sie sind. Das sind definitiv sie. Home? Ich denke so. Ja, das ist sie. Hm. Und nu? 1, 2, 3, 4, 5, also mindestens 5 Leute. Soll ich die jetzt beobachten, oder soll ich da jetzt irgendwas machen? Ich überspringen will ich's nicht. Ich will schon sehen, was da passiert. Wer spricht? Wer spricht? Wer spricht? Er ist nicht sehr glücklich. Nein. Sie sind weg? Sie sind. Wir müssen sie holen? Nein. Kohn kann warten. Es ist besser, dass sie rauskommen. Und es ist viel weniger Spaß, ihn und seine Schmerzen, wenn er noch nie herausfindet. Alles klar. Alles klar. Lass uns unseren alten Freundinnen eine Besuch. Keine Waffe, die du nicht vom Absteigen übernimmst, bleiben auf deinem Pferd. Du hast es, Dutch. Gewehr bitte. Komm her, lass uns gehen. Wir zirkeln um die entfernten Seite und gehen nach dem Weg, ähnlich wie Micah und Bill. Wie du sagst, Revenge ist eine Luxurie, die wir nicht erlauben können. Ja, ich war einfach nicht sicher, dass du mit mir agreest. Arthur. Arthur, hast du komplett die Hoffnung in mich verloren verloren? Unsere Neuigkeiten gerade jetzt sind Herzen, Equipment und ein Weg aus hier. Alles andere, inklusive ... Reichweite. Oh, und warte. Okay. Es gibt genug von diesen Schmerzen, damit es so ist, wie es ist. Komm schon. Komm schon. Mal schauen, ob das was wird. Man hat halt auch keine Möglichkeit, das irgendwie außerhalb ein bisschen grad frei zu üben oder irgendwas in der Richtung. Also so kam es mir bis jetzt zumindest vor. Da unten sind die. Und dass die dann immer hier rumschleichen müssen. Lauft halt mal einen Zacken schneller. Wie wär's denn? Na klar, ist es arschkalt und was weiß ich alles, aber... ist schon echt genial gemacht hier. Das gefällt mich. Also... von der Landschaft hier einfach. Perfekt. Hey! 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 Wo soll ich hin? Irgendwo in die Bäume? Also mindestens 5 Leute Äh Ja hab ich Dupen bitte Da steht doch schon einer. Ach ne, das ist denn unsere oder? Okay, lass uns auf den Kopf Also, was machen wir, Dutch? Ich kann das, wenn du willst Wenn du Dutch anziehst, um mit ihm zu sprechen Führung übernehmen Okay, ich gehe erst Soll ich jetzt einfach reinlaufen oder schießen wir einfach erstmal? Erledige die Dingsbums Erledige die Dingsbums Ach so, ich muss immer erst wieder nachladen Da hinten ist noch einer Voila Voila Da oben steht einer Jetzt nicht mehr Jetzt nicht mehr Wo ist denn da noch einer? Da hinten wo ist noch einer? Ah da So Die Dingsbums Die Dingsbums Wo ist denn da? Wo ist denn da? Wo ist denn da? Wo ist denn da? Auf den Revolver? Los geht's los! Los geht's los! Wir haben noch noch einige in den Kabinen Wo denn? Ich hoffe, dass du das so schlecht mit Hörern schlägst Ach, verdammt! Die sind noch in den Kabinen Das hattest du jetzt nicht erwartet, wa? Alles mitnehmen Ach irgendwie, hat ja viel dabei Du bist mit mir Kann ich die alle looten Ich bin in den Kabinen Ich bin in den Kabinen Ich bin in den Kabinen Jo, schaut so aus Schaut aber auch so aus Als wär die Undrisco-Bande hier ein bisschen Ja, ein paar mehr Leute als wir Kommt noch welche? Wo denn? Tut mir leid, aber ich weiß noch nicht von wo die kommen In die Richtung guckt die alle Ich bin in die Richtung Geh, da war ein Mensch O, blöch! Es sind viele Was denkst du Arthur? Kannst du uns da oder rein gehen auf sie? Das Dich hab ich erwischt. Erwischt. Und so langsam kommt mal rein. Jawoll. Da ist einer. Kann ich jetzt mal in Ruhe looten? Wie viel haben wir denn da jetzt niedergeschossen? Mensch, sind das vier Leute. Jetzt müsste man denen ihre Pferde auch alle irgendwie zusammenbinden und mitnehmen können. Und das wäre praktisch. Dann hätten wir auch noch was zum Verkaufen. Magenbitter. Munition kann ich auf jeden Fall immer gebrauchen. Also pack erst mal ein. Geld. Fünf Gold. Dollar. Stimmt, hier sind es ja Dollar. Und einen ganzen Berg an Munition. Was soll ich denn wechseln? So, ich weiß es nicht. Erstmal blindern. Ist eigentlich mein Inventar unbegrenzt. Bis jetzt bin ich noch nirgendwo drauf gestoßen. So, Inventar voll. Oder du kannst nicht mehr davon tragen. Oder irgendein solches Gedöns. Weiß ich noch nicht. Werden wir sehen. Wohin soll ich denn wechseln? Was willst du denn die ganze Zeit von mir? Oh, schön. Ich habe gewechselt. Und du? Keine Ahnung. Ich ignoriere das jetzt einfach. Silberring. Plündern. 85, äh, 95 Cent. Nur wenn da jeder so ein paar Pferdearznei. Ich alber nicht rum, ich loote. Looten ist wichtig. Asonst kommt ihr gleich wieder angerannt. Nein, nein, nein. Wir haben nichts mehr. Wir brauchen nochmal. Wir haben noch nicht. Und so habe ich schon. Ich weiß. Ich habe Zeit. Chillt mal ein bisschen. 10 Dollar sind schon mal 10 Dollar. Die hätte ich nicht. Sprengstoff. Eine Zigarre. Da oben steht auch noch ein Pferd. Könnte man alles gebrauchen. Noch ein Silberring. Ja, wenn wir da irgendwo mal einen Händler finden oder irgendwas, dann können wir denen schon ein bisschen was verklopfen mittlerweile. So, da haben wir noch drei Leichen und dann schauen wir mal, dass es hier weitergeht. Aber denen, ihr Zeug hätte ich schon noch gern. Ah, schon 12 Dollar. Oh, schon 12 Dollar. Eine Silberne Taschenuhr. Lauter schönes Zeug. Zigaretten. Suff brauchen wir auch immer. So, ich soll das Gebäude durchsuchen. Was haben wir denn alles? Essen trinken. Cracker. Ich kann nichts mehr tragen. Können wir denn, haben wir denn irgendwie ein bisschen Hunger? Nee, auch nicht so wirklich. Was haben wir denn hier? Gesundheitstonikum. Vorräte. Kidneybohnen. Hm. Nee, brauche ich eigentlich gerade nichts. Zigarren kann ich nicht mehr tragen. Und was haben wir hier? Ein Chin. Eine starke Arznei. Dynamite. Ich glaube, die Kiste ist nicht schlecht. Das sieht gut aus. Was denkst du, Bill? Das sieht gut aus. Sieht gut aus. Komm schon. Wir haben alles. Ich glaube, das ist gut. Ich glaube, das ist gut. Ich habe das auf einer von ihnen gefunden. Danke. Das ist perfekt. Oh, ja? Interessant. Das ist etwas über die Kiste, die sie zu verraten. Der Herr Leviticus Kornholt. Beide, zurück. Wir gehen. Alles klar. Alles klar. Wir gehen hier raus. Ich bin stolz von euch, Leute. Alle von euch. Nicht ein Mann-Down! Good work, Fellers! Nicht schlecht für ein paar Arschung. Sie können uns als schwer wie sie wollen. Aber wir werden immer wieder zurückkommen und kämpfen. Das ist das, was wir sind. Outlaws für Leben, Fellers. Wir warten, bis wir John, Mac, Charles, und Sean wieder mit uns fahren. Und ich glaube, ich weiß, dass sie alle wiederkommen werden. Nun, er hat sich nicht gelungen. Aber diese Hände wird ihn viel weniger als jeder Hände in der Hände. Especially, wenn wir diese Träne, auch. Ja, ich glaube, wir werden sehen. Oh, wir werden. Wir werden. Du wißt du? Er wird nach uns kommen. Oh, natürlich wird er. Wie alle anderen. Aber wir werden uns einen Schritt nach vorne. Wir werden sicher, dass wir immer wissen, wo sie sind, bevor sie wissen, wo wir sind. Wir haben uns einen Schritt nach hinten in Blackwater. Das wird wieder nicht passieren. Tja. Tja. All right. Dig in, Fellers. Lass uns ein paar Gründe machen. Das heißt, wir überfallen dann halbmal noch nicht zu. Da freue ich mich schon drauf. Aber es ist, glaube ich, mal wieder an der Zeit, Schluss zu machen. Wenn's gefallen hat, denk mir mal ans Däumchen. An die Schießereien gewöhnen wir uns noch ein bisschen. Siehst du das, Fellers? War ich nicht im Camp? Wir haben ihn. Ja. Lass ihn an mich. All right. Wir gehen zurück. Bring ihn zurück. Er könnte sinnvoll sein. Okay. So. Bevor es jetzt weitergeht. Der will abhauen. Ja. An die Schießereien müssen wir uns noch ein bisschen reinfuxellieren. Aber wenn wir das dann einmal noch drin haben, es klappt ja immer besser. Also war ja erst mal eine zweite Schießerei. Seid bitte nicht so hart zu mir. Aber das kriegen wir noch hin. Wenn's gefallen hat, wie gesagt, denkt ans Däumchen. Und bis dahin, macht's erst mal gut. Mit wem kommt jetzt mit demmpotent. So. So.